Und? Du fliegst gerade, David? Ja. Ja. Und da unten schadet gerade ein Flugzeug, ne? Wo ist das? Was ist hinter uns? Ach, da unten ist es. Da unten ist das andere Flugzeug. So. Wir sind viel weiter oben. Ja, na sowas, ne? Was siehst du alles, David? Ja. Was siehst du alles? Ich sehe Städte, ich sehe Wälder, ich sehe... Ich sehe Weiden, ich sehe... Ich sehe Straßen, ich sehe Autos... Aha. Ich sehe Winden, ich... Den Flugplatz auch, gell? Ja. Und auch die Halle. Ja, alles klar.